Gutes Hören trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Wenn Sie Ihr Hörvermögen nachhaltig verbessern möchten, wenden Sie sich an die Hörgeräte Feudenheim GmbH. Das Unternehmen betreibt drei Fachgeschäfte in den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim, Seckenheim und Käfertal. An jedem Standort werden Sie von einem erfahrenen Hörgeräteakustikmeister und bestens ausgebildetem Fachpersonal beraten. Die Leistungen reichen von kostenlosen Hörtests bis hin zur individuellen Anpassung und Einstellung von Hörgeräten aller Art. Auch die Überprüfung, Reinigung und Wartung wird professionell erledigt. Das Sortiment umfasst hochwertige Produkte führender Hersteller. Highlights sind die Cochlea-Implantate für Gehörlose, das Angebot im Bereich PET-Akustik und auch Gehörschutz, Schwimmschutz und In-Ear-Monitoring. Zudem bietet das Unternehmen TV- und Klingelanlagen an und führt in bestimmten Fällen auch Hausbesuche durch. Hörgeräte Feudenheim. Gutes Hören zu guten Preisen.